Triggerwarnung! PokéNoob spielt zum allerersten Mal PokéRogue und macht wahrscheinlich alles falsch, was man falsch machen kann. Wenn du dich also wie ein Gewinner-Typ fühlen willst, genieß das Video. Leute, wir gehen rein. Bam! Erste Runde. Wir haben jetzt nur Starter zur Zeit. Alle drei Basic-Starter haben wir. Wollen wir erste Runde mit den typischen Startern machen? Lasst's so machen. Erste Runde mit Gen 1 Startern. Mit diesem Pokémon losziehen? Ja. Los, Bissazam! Möchtest du Pokémon wechseln? Hier wäre jetzt schlau zu wechseln, ne? Wir nehmen hier eigentlich Glumander. Direkt das Schaf anzünden. Abfackeln. Oh, nicht direkt weg. Okay, hat uns aber keine Damage gemacht. Egal, nochmal Glut, dann ist der weg. Bam! Jet! Erster weggemacht. Und jetzt, das meinte ich. Hier oben, die oberen Gegenstände, die können wir uns holen für Geld. Ihr seht, ich habe tausend. Und die unteren Sachen, aus denen kann ich, nach jedem Kampf kannst du aus drei zufälligen Items exakt eines auswählen. Das sind die unteren drei. Ich habe die Karte genommen. Ich hoffe, Karte ist für was. Wir bleiben Feuer. Gegen Insekten, sehr gut. Wegmachen. Direkt weg. Direkt weg. One Hit. Geil. Kampf. Nochmal Glut. Oh, Sch***. Wir müssen beachten, wir haben ja hier die AP. Das habe ich ganz vergessen. Wir können die Attacke noch 21 Mal einsetzen. Lasst Kratzer machen jetzt. Nein! Tötet die nicht ganz. Das war ein Fehler. Okay, jetzt können wir nochmal Kratzer. Jetzt haben wir gut Leben verloren mit Glumander. Nehmen wir Supertrunk. Und dann sind wir safe, ne? Apply. Geil. Oh. Blitz. Müsste ich jetzt Shigi rausholen, right? Blitz. Nicht Shigi? Oh, oh. Doch, Aqua knarre jetzt. Wasser wird gef***t komplett. S***. Haben wir reingesch***t schon erstes Mal? Geil. Ja! Shigi danach direkt auswechseln. Sparbonbon für später. Aber schon das... Ich nehme das Bonbon. Choose a Pokémon. Kann ich wahrscheinlich nicht. Oder kann ich jetzt canceln? Habe ich es dann noch? Ne. Wenn ich Bonbon nehme, muss ich es direkt einsetzen, Chad. Wäre OP-Strat von Chad gewesen, Alter. Oh! Wir haben den nächsten Trainer. Wir haben den nächsten Trainer, Chad. Aqua knarre direkt. Okay, jetzt sind wir hier. Minus eins Attack. Nicht so schlimm. Aqua knarre nochmal. Bam. Weg. Weg. Sehr gut. Zurzeit noch easy. Zweites Pokémon. Wir könnten nochmal einen Tackle machen. Let's try. Oh, Tackle nicht so gut, actually. Aqua knarre. Die Aqua knarre knallt. Schwanzschlag. Wir beenden es mit Schwanzschlag. Ah, das ist gar keine... Oh, nö. Das war gar keine solche Attack. Ja, es hat ja auch keine Stärke. Ich hätte hier schauen können. Wir beenden es mit einem Tackle. Zack. Ja. Schicki schon Level 7. Also wir kaufen mal Trank normal. Für Schicki. Damit das wieder Leben hat. Gut. Wir sind über 1000. Wir haben schon Plus gemacht. Trotzdem Trank kaufen. Und jetzt Protein oder Superbälle? Eigentlich Superbälle. Wir müssen auch Pokémon fangen. Wir haben noch gar keine Bälle. Aber zur Zeit macht es keinen Sinn, Bisa zu holen, ne? Tschüss. Einfach kurz wegmachen, das Ding. Zack. Oh, schon wieder Trainer? Okay, crazy. Oh, Bisa. Bisa ist perfekt. Machen wir mit Glut direkt weg. Zack. Fast weggemacht, Chat. Mit Glumanda machen wir aber alles weg hier. Burn. Geil. Jetzt machen wir nur einen kleinen Kratzer. Und ciao. Boah, Glumanda OP zur Zeit. Geil. Wollen wir kurz Bisa rausholen? Für das Bisa noch ein bisschen leveln kann? Ich glaube, das ist smart, right? Rankenhieb. Oh, oh, oh. Das war nicht so effektiv. Tackle. So. Oh, das ist ein Riesen-Nugget. Gewährt einen moderaten Geldbetrag. Shiki macht Aquaknarre auf den anderen. Dann machen wir den weg. Perfekt. Und jetzt können wir fangen. Jetzt Ball. Normaler Pokéball. Zack. Wir haben es. Erster Fang. Erster Fang. Ein Zig-Zachs. Boah, den Eigutschein. Wir holen uns das Shiny Egg. Chat. Gold ist gewollt. Daumen drücken. Zack. Komm. Gun. Gewöhnlich es sei. Schade. Wir haben nicht mehr so viel Glut. Aber wir machen da kurz weg mit Glut. Ah, das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Der hat doppelt Leben. Das checke ich erst jetzt. Können wir Boss auch fangen? Aber der hat jetzt genau Hälfte des Lebens verloren. Ich versuche nochmal und hoffe, er stirbt nicht ganz. Okay, ist gestorben. Fecht er ab. Ich würde unbedingt gerne Mauzi fangen. Perfekt. Ball. Normaler Ball. Zack. Den haben wir. Mauzi gefangen, Leute. Und dann das Nacken nehmen für Cash. Oh. Ebene 13. Pokémon-Züchter Addison. Feuereigel. Oh. Schisch. Hm. Ja, wir machen jetzt Feuer gegen Feuer. Ich will nicht eine Free Attack. Das war vielleicht Quatsch. Doch. Wir machen weiter. Perfekt. Jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt machen wir ihn weg mit Kratzer. Aber er ist burnt. Das ist schon mal geil. Wir burnen nochmal gleich. Der macht halt nur Tackle. Perfekt. Jetzt müssen wir vielleicht kurz auswechseln. Okay, neue Attacke von Glumanda. Ja, schauen wir uns kurz an. Feuerodem. Fegt das Ziel mit zerstörerisch heißem Atem weg. Paralysiert das Ziel eventuell auch noch. Boah, das ist ultra geil. Heuler weg. Eins, zwei, drei. Schwupp. Heuler vergessen. Feuerodem gelernt. Lass Schiggy bringen. Jetzt fressen wir halt einen Attack. Den Kratzer fressen wir direkt. Und dann machen wir... Turbo-Dreher. Testen wir den Turbo-Dreher aus. Bam! Was? Habe ich nicht getroffen? Sch***. Aqua-Knarre? Okay, die trifft. Noch einmal Turbo-Dreher. Keine Werkung. Oh, ich habe nicht gelesen beim ersten Mal. Wir müssen danach Schiggy halt wiederbeleben. Sorry, Schiggy. Ja, ich habe nicht gelesen. Dass es bei Zombies nichts bringt. Ich dachte, es hat einfach gefailt. Komm, Bieser. Mach den weg. Knapp gewesen. Puh, das ist der erste schon knappe Kampf, ey. Aber ich habe auch ein bisschen reingejoked. Ähm, ich wechsle. Dass ich nicht zwei wiederbeleben muss. Wir bringen Mautzi. Mogelhieb. Keine Wirkung auf Zombies. Mann! Kratzer. Keine Wirkung auf Zombies. Junge. Ich bin am A**. Bam. Ah, gegen Zombies. Alle Angriffe vom Typ normal gehen nicht. Jetzt checke ich. Alter, danke Fratschu. Ist zu lange her, als ich Pokémon gespielt habe. Ich weiß nichts mehr. Wir haben fast kein Geld mehr. Wir machen aber jetzt mal nur Glut und schauen mal. Ah, okay. Ist trotzdem weg. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn so noch fangen. Nö. Machen wir einfach direkt weg mit Feuerodeln. Aua. Das war ja gar nicht so gut, Feuerodeln, actually. Glut ist stärker. Uh, Doppelkampf. Nein, Shiggy ist confused. Hurts itself. Oh, das habe ich immer gehasst, Alter. Boah, Shiggy hat sich fast selbst getötet, Alter. Boah. Junge, Abra macht uns... Abra killt uns. Wir müssen Pokémon wechseln. Und zwar beide. Können wir beide gleichzeitig wechseln? Geht das? Kann ich schon wieder Wiederbelebungskaufen, ey. Bisas haben direkt gestorben, Alter. Perfekt, Diggi. Ja, jetzt habe ich es getötet. Egal. Leider ist uns das Bisa von Handen gekommen. Und wir haben nicht genug Geld für Beleber. Ah, wir haben hier einen Beleber, aber. Das ist geil. Zwillinge Joe und Zoe. Die haben zwei Pokémons nur. Das sollen wir easy schaffen. Zwei Evolies. Und den hier. Brauchen wir unsere Superhelden, Chad. Sonst wird das nix. Boah. Holy ****. Die haben Glumander richtig gut reingedrückt, ey. Hoffentlich bringt er noch eine Attacke raus. Ja, geil. Mach weg. Nein. Leider nicht ganz weg. Jetzt ist er tot. Ziemlich gut aus, Chad. Ja. Perfekt. Spicy Chip. Ja, Spicy Chip kommt näher. Nein. Jetzt ist Mautzy's Attacke noch fehlgeschlagen. Oh mein Gott. Shiggy auch schon weg. Wir schaffen das mit dem Kratzer. Und wir zerzen. Los. Weg. Gut, gut, gut. Gut, Trainer besiegt. Okay, wir haben... Wir nehmen mal Tränke zuerst. Wir brauchen hier einen Trank. Dann brauchen wir sicherlich einen Beleber. Und zwar für ihn hier. Aber jetzt können wir keinen weiten Trank mehr machen. Shiggy. Okay. Krankenhieb hinterher. Oh mein Gott, das hat mich fast gekillt schon. Perfekt. Ich muss machen. Einen Hieb. Ich dachte, ich habe ihn. Jetzt haben wir ein Problem, ey. Mautzy nochmal raussenden. Einfach kratzen. Nein! Ah gut, das ist auch nur ein normaler Taki. Okay, geil. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir brauchen nämlich einen Trank hier. Und den Beleber nehmen wir für Shiggy. Perfekt. Jetzt können wir es fangen. Zack. Vogel gefangen. Perfekt. Oh, unser Ei schlüpft, Chat. Das Ei schlüpft. Waumball. Hatched from the egg. Waumball sieht süß aus, Alter. Ich würde, glaube ich, jetzt wechseln auf Glumanda und den schnell wegmachen, den Boss. Und zwar mit einer schönen Glut. Okay. Oh, macht gut Schaden. Sehr effektiv war das. Scheisse. Feuerordern. Was? Er kann zuerst? Was ist denn das für ein Rigg der Sch***? Oh, das hat ihm sehr wenig genommen, actually. Wir müssen Pokémon wechseln. Wir nehmen mit Shiggy. Wassermarsch! Wassermarsch! Oh. Gut, gut, gut. Shiggy ist stabiler gegen den Alten. Wollen wir Biss testen? Lass Biss testen. Oh. Okay, Biss hat gut Schaden gemacht. Ist gut. Was ist jetzt? Aquaknarre? Oh, Aquaknarre. Ach so. Jetzt kann ich entscheiden. Wir haben die Ebene geschafft. Wir haben 20 Levels durchgespielt auf Ebene. Chat, ihr entscheidet. Wo gehen wir hin? See, Metropole oder Grasfeld? See. Okay. Haus am See. Peter Fox. Rein da. Rip Glumanda. Als ich See ausgewählt habe, habe ich genau dasselbe gedacht. Powder Sound und Cold Rum wollen einfach, dass ich Hotchip fressen muss. Das war ein großes Mistake. Okay, lasst auf Bisa switchen. Müssen wir aber Bisa noch ein bisschen leveln. Er ist jetzt ein bisschen underleveled. Aber ist auch confused jetzt. Krankenhieb. Komm schon. Alter. RIP Bisa. RIP Bisa. Ah, Mautzy wird natürlich nicht verwehrt. Das ist geil. Zack. Weg damit. Ah, weil wir jetzt auf einer neuen Ebene sind, haben wir auch mehr Dinger zu kaufen. Aber wir haben auch kaum Geld. Okay, wir haben eine neue Attacke. Rasierblatt. Geil. Rasierblatt ist eine geile Attacke. Drinnen halten und einfach Rasierblatt machen. Rasierblatt, Alter. Bisa. Bisa tot. Wir haben zu hoch gepokert. Gut. Ich hätte es fangen können. Ach, nee. Wir können. Wir haben keinen Beleber. Wir müssen auf nächste Runde hoffen. Lohnt es sich, das Carpador zu fangen? Eigentlich schon Quatsch, ne? Carpador. Sauber. Beleber. Geil. W in Jet. Oh, jetzt holen wir uns das Ding. Und zwar knallen wir dem jetzt Kratzer rein. Okay, Kratzer war nicht so effektiv. Och, nee. Das kommt jetzt von oben, ne? Ich habe nichts zum Verteidigen, wirklich. Ja, Mist. Springt wieder hoch, der B***er. Boah, das macht Schaden, Alter. Ich bin Pokémon-Wissen. Shiggy, komm raus. Aquaknarre und weg damit. Uff. Shiggy. Nein. Nicht sehr effektiv. Lasst es so machen. Superball. Und weg. Uff. Aus strategischen Gründen. Rivale Ivy. Wieder gegen die Ivy. Lasst uns kämpfen, Baby. Oh. Wir haben ein Problem, Jet. Wir haben ein Problem. Okay. Gut weggesteckt. Und jetzt Glut. Weniger gut eingesteckt. Feuer. Komm. Damage, Jet. Wow. Grasierblatt Aha Oh Nochmal Grasierblatt Ich weiss nicht was ich gegen das verdammte Bisa Knosp machen soll Glumanda war unsere einzige Hoffnung Nicht Pflanzaschi Was sollte ich denn nehmen? Wasser? Ist Wasser besser? So sterbe ich zumindest nicht direkt Und kann noch Schaden machen Und jetzt nehmen wir Shaggy Junge Ragniv hat uns direkt gef***t Der macht einen Ragniv Wir sind tot Kratzer Wir sind sowas von tot Jetzt wechselt die alte F***e Das wird ein Hardship geben Komm Gönn mir einmal Glut Dann ist das Ding weg Nee geht nicht Nee geht nicht Ja sie wechselt auch Grasierblatt Der ist Level 17 Digger 17 Fliehen Du kannst nicht fliehen Ball Wir sind ge***t Wir sind ge***t Erstes Mal raus Bis dahin zu kommen War stabil Haben wir gut gemacht Shaggy Zuerst muss ich mal eins So probieren Ich hatte die noch nie Sind noch geil Mit dem Chicken Gewürz Sind sehr geil actually Vom Geschmack könnten die auch Mit was scharfen geil kommen Vielleicht mit dieser scharfen Soße hier Hot Chips jetzt Der ganze Rand ist voll Shag Reicht das so? Mehr? Jungs Okay ich mach noch drauf Aber die Ränder sind wirklich schon Es sieht auf Cam nicht so crazy aus Aber die Ränder sind voll Jetzt ist noch hier Jetzt ist hier noch drauf Ich mach noch einen kleinen Klecks Dann reicht aber Das wird bei mir zu einmal brennen Ich hoffe bei mir nicht Wir werden es dann sehen Okay Jet Hot Chips geht rein Ich weiß nicht was ich erwarten soll Ich hatte schon echt lange nicht mehr diese Soße Okay Lasst reingehen Oh Zeit Du Assi Schneebob Oh Okay Hey chill 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 Oh shit wie viel Druck muss ich machen Oh Eine Zwei drei vier Fünf Okay Eins Zwei Oh Jet Drei Vier Fünf Oh Oh mein Kopf unten ist schlimm Besonders wenn es über acht noch so brennt Der Chip wird gleich wieder rausgekürzt Ich glaube auch Jet Ist schon scharf Aber man hält es aus Aber das mit den Tränen war Schmutz Mit Kopf unten noch Brennt die Mase wie Sau Ist Schmutz Nächsten Chip können wir aber noch ein bisschen schärfer machen Geht Nächsten Chip machen wir mehr Soße drauf Aber dann nicht mehr drehen Leute Dann ist jetzt schön Brennt schon noch gut nach Hey Okay Holy shit Wir gehen wieder rein Oh Jet Ah Fresse brennt immer noch nach Okay Neues Spiel Wir gehen nochmal auf eine Runde rein Pff Bbr B B B B B B